Alpha, James, Alpha Ja, servus Freunde, was geht ab? Euer James Alpha wieder hier und heute reagiere ich mal auf Giovanni Furiglas von Capo Blasa. Das ist einer meiner persönlichen Lieblingssongs von Capo Blasa, dem, ja, einer der größten italienischen Rapper. Und hören wir mal rein. Yeah. Uh, richtig, richtig krasse Sample, Leute. Ja, man. Uh, produziert von ABBA. Richtig nice. Ja, Leute, und schreibt auch unten in die Kommentare rein, wenn ihr einen Wunsch habt. Also schreibt dann einfach gerade den Songname und Künstlername rein. Und jetzt geht's weiter mit Giovanni Furiglas. Heißt so viel wie junger Champion. Ja, okay. Also ein bisschen längeres Intro. Aber richtig cool gemacht. Ey, jetzt kommt gleich. Ey, ey. Yeah. Ey. Ey, jetzt setzt er gleich ein auf jeden Fall. Und ihr wisst, ihr müsst euch mal ein paar Pausen machen. Ja, verzeiht's mir wegen YouTube. Und ja, jetzt geht's ab. Also er hat so viel gesagt, so in der Hook irgendwie, fasst meine Familie nicht an. Ja, und jetzt kommt, ja, das ist jetzt schon die Hook auf jeden Fall. Hier geht's jetzt auf jeden Fall schon richtig ab, Leute. Hört den euch an, den Song. Und jetzt kommt sein Rap-Part. Jetzt achtet mal drauf, wie er einfach flowt. Und der ist ja auch ziemlich jung. Ich glaube, damals war er noch 20, Leute. Er war 20, glaube ich. Und ich hatte ihn damals schon auf dem Schirm und habe schon gewusst, dass er halt einfach rasieren wird. Leute, habe ich im Urin gehabt und er rasiert jetzt auf jeden Fall. Richtig geil. Also wirklich, ihr müsst auch kein Wort verstehen. Ja, ich verstehe ja auch sehr wenig, obwohl ich italienische Wurzeln habe an der Stelle. Und ja, aber es ist halt einfach krass. Er hört sich einfach geil an, Leute. Deswegen hat er auch so geile Features am Start. Wer ihn nicht kennt, Capoblaza. Er hat unter anderem mit Gana Feature gehabt, dem amerikanischen Rapper. Und ja, es sind auch einige Hochkaräter auf seinem aktuellen Album. Dazu werde ich noch ein paar Videos machen. Jetzt hören wir mal weiter. Korokoro heißt, glaube ich, so viel wie Rennen, Rennen. Also sie rennen halt weg, ja, vor den Bullen und so. Und ja, ähnlicher Film, den es halt bei uns so im deutschen Hip-Hop auch geht. Oder halt auch im amerikanischen, wie auch immer, Freunde, was ihr so hört. Und ja, jetzt hören wir mal weiter. Ja, also richtig, richtig geil, Leute. Der zerpflückt halt den Beat auch, auf jeden Fall. Ja, also richtig, richtig geil, Leute. Der zerpflückt halt den Beat auch, auf jeden Fall. Und vor allem bekannt auch dieses Ey, Ey. Das bringt er halt sehr oft und es ist sehr geil gemacht. Also ich feier das einfach. Es ist sehr ästhetisch und hört sich sehr, sehr gut an von der Aussprache. Und hier ist übrigens, äh, ja, auch einer der erfolgreichsten italienischen Rapper. Hier, Gali heißt ja, glaube ich, auch schon länger nichts mehr von ihm angehört. Dazu werden auch noch ein paar Videos kommen. Deswegen abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, Freunde. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde mich auf jeden Fall sehr freuen an der Stelle. Dann kann ich noch viel, viel mehr Videos für euch produzieren. Dann, so, hören wir mal weiter rein. Giovane, 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 Giovane Und ja, Leute, schreibt unter dieses Video mal, schreibt da mal unten drunter, wie ihr diesen Rapper hier findet, ob ihr es feiert. Und ja, gebt dem Video auch einen Daumen nach oben, Leute. Auch richtig geil, Leute, wirklich die Drums, also der Beat, feiert ihr den Beat, könnt ihr diesen Beat fühlen. Also der Beat ist einfach Feierabend, Leute, vor allem Capo Plaza rasiert hier drauf. Wembley, also, ja, er hat auch sehr, sehr viel oft, oder sehr oft, ja, einfach so Fußballrapper, äh, Fußballrapper, sag ich schon, Leute, Fußballnamen von Fußballstars. Was einfach, ähm, also Namen von Fußball saß so rum. Und ja, ist einfach sehr cool, was ihr auch so in seiner Lyrics drin habt. Und feiere ich auf jeden Fall den Jungen. Und jetzt kommt nochmal so der Abschluss, Leute. Jetzt gibt euch auf jeden Fall. Und ja, bewegt euch auf jeden Fall hier dazu, wenn ihr das fühlen könnt, Leute. Giovane, 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 no, spendo si soldi, tanto poi liri farao. Viviamo oggi, magia domani, io no, no, lo so. Scadier la mochi, intas canogia nell'altra life on. Si so blocco me ha fatto cosia. Jetzt kommt, non tocare mea la famiglia. Oder auch nicht, stimmt, es war so. Nur ich vollende das natürlich immer sehr gerne. Und ja, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Leute. Abonniert auf jeden Fall auch meinen Kanal. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde mich sehr, sehr freuen an der Stelle. Dann kann ich noch viel, viel mehr Videos extra für euch produzieren. Wünscht euch gerne unter diesem Video noch einen Song. Und das war's von mir. Ich wünsche euch einen richtig geilen Tag. Bis zum nächsten Video, Freunde. Euer James Alpha.